herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier zurück in arg und ich habe keine ahnung was wir machen ich doch auch ja das ist sehr gut heute mal ach so schmeißt es ins feuer ja aber warum dauert es so ein pro zeit geht es ein runter oder hoch das muss eigentlich runter hochgehen oder ich weiß es doch selber nicht nein ich glaube zu kalt schmeißt halt ins feuer zu kalt keine ahnung dann hier schweiß als in so einen kamin rein wir brauchen halt mehr feuer er hat mal wieder level ab gott sei dank so ich weiß aber nicht ich habe echt keine ahnung was wir heute machen wahrscheinlich irgendwie ausbrüten oder noch mal irgendwas versuchen zu zähmen vielleicht ein rex oder keine ahnung ich weiß es mal bitte sind die mitte von dem freund das geht zu kalt warum zu kalt was was hat denn bitteschön dieses ei machen wir das andere dritte lager feuer an so an so jetzt ist das andere aus es ist ja kein holz mehr drin zu kalt vielleicht hat es ja wieder wärme wenn man einfach im haus den deckel drauf schiebt einfach eine decke macht und dann ja ich glaube dann ist es warm also wo es brüttet brüttzeit eine stunde 14 minuten wie verarscht man da ist so lang aber es ist zu kalt der wachland wird das lager feuer bitte habe ich noch eins da kann ich so ganz so machen da kann ich sogar noch als mache jetzt würde es wieder weiß genug ich habe zu viel schrott hier drin ja so nur irgendwie die ganze schrott holz das war genug holz ja ich gehe kurz im wald ich bin ein bisschen holz ich hoffe ich komme nicht zurück irgendwas stampft hier unten wieder arg ich muss sagen arg ist schon ein bisschen gefährlich ich bin ich bin ich bin Das müssen wir auf jeden Fall selber auf die Hälfte bringen, das ist viel zu viel. Ja, wollen wir dann irgendwas anderes machen, anstatt jetzt hier eine Stunde 40 zu warten, vor allem in der Aufnahme? Ja, ja, klar, klar, klar. Ich habe jetzt nur versucht, so viel reinzumahnen, dass es nicht ausgeht, das Feuer. Das wäre der Untergang, könnte es sein. Eine Frage. Was hast du für Holz verwendet? Normales Holz. Was für Holz? Holz. Das gefarmte Holz? Das war das in einem Schrank, aber warum? Achso, in einem Schrank, nicht in der Truhe? Nein. Ah. In der Truhe ist bestimmt noch ein paar Tonnen. Nein, da ist gar nichts, da ist nichts drinnen. Ja, 4.000 nur. Alles leer. Mach jetzt überall noch 1.000 Holz rein, das wird schon rein. Vielleicht. Wollen wir dann das Ei alleine lassen und irgendwas anderes? Also, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was wir in Folge machen. Äh, ich hoffe, hä? Ist echt der Filter an? Ist echt der Filter an? Das weiß ich nicht, ob der Filter an ist. Doch, der ist an. Sehr gut. Man muss immer darauf achten, dass der Filter an ist, gell, liebe Kinder? Man muss Videos filtern. Oh Gott, das wird sowas von nichts. Denkt daran. Man muss Videos filtern. Man muss Nachrichten filtern. Man muss euer Essen filtern. Man muss euch filtern. Oder sündern, oder was weiß ich, wie das heißt. Essen sündern? Ja, das macht nur Kühe leer. Keine Ahnung, dann daraus Salat machen oder so. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls. Also, wie viel Holz soll man denn da reinstecken, Alter? Keine Ahnung, ich bring noch mal ein bisschen was. Boah, der Bronto nervt. Ich mach den gleich weg. Die Stegos, ah, die... Vor allem, schau mal, die Gegend, die ist gar nicht mehr rot. Ja, das hat ich mir vorher schon aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie komisch. Letzte Folgen die ganze Zeit Weltuntergang und es ist wieder alles gut. Und, äh, wo könnte es nicht sein, wenn der Himmel rot ist oder so, dass irgendwie ein fetter Titan oder was weiß ich im Wald rumläuft? Kann schon sein. Müssten wir halt mal raus. Krokodilsche. Irgendwie ist er... Jetzt komm ich. Ist das ein Witz? Ah, jetzt komm ich doch drüber. Hier, ich geb dir mal was. Nein, ich kann... Mach's einfach rein, verteilt einfach. Sehr gut. Ach, überall alles rein und dann gehen wir... Keine Ahnung, irgendwas. Irgendwo. Mit dem Boot? Mit dem Zähmlingboot oder zu Fuß? Ja, weiß ich nicht, mit dem Zähmlingboot, oder? Gut, dann bring ich den Adler schon mal runter. Ich freu mich, ich hab 189 Stück Fleisch. Oh, ich muss noch die ganzen, äh, Schettin, äh, Sachen und so weiter einräumen vom letzten Mal. Jo, das wär dann gut. So, das tue ich schon rein. Oh. Ich fahr dann das Fluss schon so hin, dass wir, äh, fahren können. Konsum gut. Sieht aus wie Farbe. Keine Ahnung. Das kommt rein, das kommt rein. Was würdest du wegfahren? Ist gut. Okay. Oh, jetzt können wir... Warum schon runter? Ich sortier grad noch einen. Die Sand ich nicht brauche. Ich hab viel zu viel im Inventar. Was? Oh, hab ich ne... Egal, nehm ich mir halt lieber mit. Gut, ich fahr. Oh, eines mal mach ich noch. Warte. Nein, da... Bringt die Standfackel von der Bergbank noch, bitte mit. Was soll ich mitbringen? Die Standfackel. Okay. Bringt die noch mit und auf jeden Fall... Ja, so ist das eigentlich, weil das wäre auf jeden Fall... Wieder ein bisschen beleuchtet, ja, drauf haben, bis es wieder ein Tino kommt. Wo willst du eigentlich die zwei hin? Wieder zum Terrazino-Gebiet, Spino-Gebiet, Todes-Gebiet, wo wird schon? Gute Frage, äh... Weiß nicht. Jetzt rechts, geradeaus oder links? Die drei Möglichkeiten gibt's. Wir waren schon überall. Fahr mal geradeaus. Also komplett geradeaus. Gegenüberliegendes Landgebiet. Okidoki. Weil da laufen ja klar... Weiß nicht, soll mal... Weiß nicht, was du für ein Tier hier willst. Na doch. Erstmal wolltest du einen Frosch, dann davor wolltest du einen Spino. Ach stimmt, der Frosch. Dokt da einfach mal an. Frosch und einen Frosch und einen Spino haben wir immer noch nicht. Vielleicht funktioniert ja dein drittes Tier. Vielleicht finden wir ja irgendwann einen Frosch-Spino. Einfach weiterfahren. Weiterfahren, weiterfahren. Da ist ein Haar. Wie wär's, wenn wir in den Haar uns nicht machen? Springst du ins Wasser? Warum? Ich kann hier von da rumschießen. Also wenn die Haar... Achso, um den dann zu... Es ist so... Nein. Weil da schwommen gerade drei... Da schwommen gerade drei Haare rum. Und da will ich lieber nicht ins Wasser springen. Ach, ich war schon mit denen im Wasser. So gut. Ah, okay. Nicht mit dem Schwertlacht. Wow, sag doch, dass da Land kommt. Hä, da kommt Land. Na toll. Dann hättet ihr das Boot direkt irgendwie gerade aus hingepackt. Steht das jetzt so über dem Land oder ist das noch im Boden? Nee, es steht über dem Land. Also ich hab ohne Witz das Gefühl, dass ein Arkt, dass wir da irgendwas falsch eingestellt haben. Weil ist es wirklich mehr Nacht als Tag? Hä, es ist doch mehr Tag als Nacht. Niemals. Ich hab immer eine Aufnahme in die Fackel an. Ich nie. Dann muss ich hab ein Gamma wieder hochdrehen, ist auch nicht mehr. Ach, so. Oh, größer. Nee, ich hab gedacht, dass wir ein Ei. Und? Wo gehen wir hin? Ich suche etwas. Etwas. Das hier herumläuft. Okay. Und wo? Das ist eine gute Frage. Deswegen suche ich ja. Und wo bist du hin? Hier oben. Jetzt bin ich wieder am Strand. Ich hab mal die Fackel angemacht. Wo bist du? Wo ich hab Gamma hochgemacht. Achso. Ich weiß nicht, wo bist du? Am Boot. Gleich wieder. Jetzt bin ich am Boot. Wo bist du? Ich komm auch mal wieder zum Boot. Ach, da. So, komm mal mit. Hm. Es müsste hier irgendwo sein. Wenn du mir sagst, was du suchst, kann ich das sagen? Ob es da ist. Naja. Naja. Ich suche etwas Böses. Stehlos. Nein. Nein, nein. Das, was ich letztes Mal hier getamt habe. Äh. Äh. Gespawnt habe. Die sind doch schon alle weg. Ja, aber da lief immer noch einer rum. Also. Einer, den ich nicht gespawnt habe. Hm. Aber so wie es aussieht, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Sonst ist hier immer ein schlimmes Gebiet. Und dann, wenn wir was zähmen wollen oder irgendwas suchen. Nichts mehr da. Kein Fleischfresser. Gar nichts mehr. Hier war noch nie so ein schlimmes Gebiet. Hier war aber ein schlimmes Gebiet. Wir sind ja hier im Auge gestanden. Ja, wie dunkel ist die ganze Zeit. Ey, ist doch voll hell. Ich werde geblendet. Ja, wahrscheinlich, weil du Gamma zu hoch eingestellt hast. Ich habe Gamma gar nicht drinnen. Dann hast du automatisch Gamma an. Nein, ich warte nicht automatisch Gamma an. Hallo, oben ist ein Kanu. Was legst du dich jetzt schon an? Fliegen und Ameisen. Lästiges, ungeziefer. Einfach mit einem Schwert draufhauen. Dann sind sie doch weg. Drecklich. Ach stimmt. Ja, ich habe aber. Doch habe ich. Ich habe noch ein bisschen Kristall mit, wenn ich gerade hier bin. Denkst du, wir könnten den Ticano mitnehmen? Was braucht man, Kanu? Keine Ahnung, wie ich bin. Nur für am Anfang. Geht das Kristall hier nicht weg? Das ist schon hier. Da hast du ein Kumpel. Ein Nebenkumpel. Das ist auch passend. So, will ich mitnehmen? Oh, da wirst du auch los angucken. Oh, da wirst du wegen. So, dann rüste ich auch mal meine Waffe aus und folge dir. Oh, du. Schon? Geht doch gut. Jetzt haben wir schon einen Kanu. Jetzt haben wir nur kein Fleisch. Ich habe Fleisch. An rein mit dem. Hä? An rein mit dem Fleisch. zwar hier sag 124 ich muss ganz kurz den auftrag erledigen jetzt schon wieder katze rein lassen was nein nicht so einer in art schade gar nichts das ding in die luft so er ist gezähmt und kommt jetzt mit hoch er hilft das macht aber spaß aber sind ja nicht irgendwo noch rechse oder was weiß ich für kreaturen des waldes ein also lasst mit dem boot weiterfahren und der kano kano oder ist ist schon gezähmt worden ich hab die stelle verloren ich kann mir die stelle verlieren die so auf dem berg äh ich bin doch ups war einfach zu hinten links kano ich will weiter gib gas hallo wird es heute noch was aha klar warum gibst du den dingern gibst du den überhaupt namen ich ja habe ich den namen gegeben keine ahnung ich gebe dir immer irgendwelche namen alfrede oder herbert oder herbert oder herb herbert ach ich bin zu faul ach ich bin zu faul ach ich bin zu faul ach ich nicht ist doch nett äh ich bin auf dem t-rex ne äh was ich hab gedacht ich bin auf dem t-rex gelandet der rücken sah aus wie von einem t-rex sicher dass es kein stein war das war ein freud ähm raptor bin dort so soll man uns einen raptor zählen da ist ein raptor auch stimmt auf dem bett ist er ähm auf dem boden ist er im bett also wenn man raptor jetzt bin ich tot soll man uns ein raptor zählen ja klar packt das ding hier und dann los wo auch immer der jetzt her kam wo war das nochmal oh mann ach hier war es wir hatten der raptor wo bist du jetzt schon wieder hinten wo du auf den dino auf den rex gestoßen bist raptor betäubt jetzt schon ja ja ich hab beim kampf wahrscheinlich einen pfeil weggeschossen und jetzt ist er betäubt ja wie beim kampf ich lag auf dem boden da habe ich einen pfeil auf den geschossen hätte ich gedacht dass ich den treffen ist er hatte ich angesprochen ja durch dabei gestoßen ja und jetzt haben wir noch ab daher jetzt geht es weiter wie schnell ist der jr schnell ja geht schon zügig aber nicht wie ich jetzt die aufladen zurückfahren und dann weiterfahren mein boot ja wer besser will ja doch sicher ist sicher 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 ist sicher 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 Eigentlich nicht allzu groß. Also, so pass los. Ah. Okay. Perfekt. Also, ich weiß nicht, was man das jetzt sagen soll. Der Raptor ist Level 40, wie auch immer ich das geschafft habe. Ja, auf geht's zurück. Ich hätte es gerne gesehen, wie du den Raptor gezogen hast. Kannst du gerne in der Folge dann anschauen. Aber ich schicke dir einfach einen Ausschnitt. Er wurde angegriffen und... Ja, ich wurde angegriffen. Der stand vor mir, hat auf mich zugeschlagen. Da habe ich einen Pfeil auf den geschossen und da hat er mich ganz getötet. Und dann lag er da, betäubt, nachdem ich wieder hinkam. Aber es war zu anstrengend, der kann da schon schlafen gegangen. Kann sein, aber dass ein Pfeil reicht für denen. Äh, was? Und was? Nix, der macht ganz komische Geräusche. Ich finde schön, dass die Federn haben. Federn? Ja. Weil eigentlich haben ja die Dinos damals Federn gehabt. Zwar nicht alle, aber generell finde ich gut, dass der Raptor Federn hat. Kommt in der Stein jetzt schon wieder her. Unglaublich hier. Keine Ahnung. Dieses Fohrenrad in den Steinen. Loth ist mein Stein. Ach so, er macht den Becker-Kop-Ranio. Also, irgendwie war es spannender, als wir noch gar keine Dinos hatten. Lass den dann vor wie unten stehen. Mich hochbringen? Nö, nö, passt schon. Keine Ahnung. Ist ja schnell. Ja, dann können wir direkt weiter mit dem Boot rush. Ja, ich bringe aber kurz zu hoch. Oh, dann bringe ich doch mal kurz zu hoch. Oh, was? Dann können wir ja da oben noch mal die Folge genommen. Ach so, ja. Ja, wir sind ja wieder unten, sind ja 30 Minuten voll. Ja, na gut. Irgendwie bin ich heute zu happy. Weiß auch nicht. Entweder läuft es zu gut oder es läuft zu gut und... Kleiner Raptor. Fiumia-Gedingsse da. Ja, kleiner Raptori. Du musst aber mal anschauen, wie der mich angefallen hat. Der war voll aggressiv. Wohle, wir gehen mal zurück. Wohle, da hoch. Wo gehen wir hoch? Da hoch zu den Bäumen. Ach so, ja, geht aber nicht. Ich kann nicht fliegen. Ja, stimmt. Ich war aber noch nie da oben in diesem Redwood-Biom und mit dem Boot macht es mir ja Spaß. Aber wir gehen mal hoch. Wird auch lustig. Wird lustig. Sieht man dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, oder? Sollen wir jetzt einen Schlit her machen? Und dann bis zum Folge gehen. Und dann bis zum Folge gehen wir mal hoch. Hä? Ja, mach mal. Ja gut, dann mach die Absage. Jo, dann bis zur nächsten Folge. Vielleicht machen wir dann mal auch was anderes, außer... ...dumm durch die Degen werfen und... ...Tiere zählen. Hä, das macht doch voll Spaß. Ich will alles zählen, was auf der Insel rumläuft. Oh, wie geht's eigentlich dem Ei? Ah, schau mal. Noch eine Stunde 16, dann ist es gezähmt. Dem Ding geht's gut. So, das spielte dann wahrscheinlich in... ...drei Folgen. Ja, wahrscheinlich. Gut, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, tschüss. Tschüssi.